ARD Text im Auftrag von Funk Hoi zusammen, ich bin der Oli Verlierer, der beste Flogger im ganzen Universum. Und ich wäre der beste World of Witchcraft-Spieler, wenn ich so einen superschnellen Winddrache hätte. Den kann man für 200 Franken im Winter nicht kaufen. An meinem Papst gibt mir das Geld dafür nicht. Er findet, ich wäre jetzt genug Geld für einen Ferienjob. Aber was soll ich machen? Bauchhilfelehrer? Dann bin ich voll der Streber. Wer hat den Fütter im Versuchslabor? Aber die beissen sicher. Badmeister, nicht schlecht. Dann bin ich der Held und könnte Mund-zu-Mund-Beatling machen. Aber so saufen sicher auch Jungs. Wie kommen die 200 Franken ohne viel Aufwand? Und mir ist schlecht. Oli, die Anderwahrsager ja. Zeig mir den Weg zum schnellen Winddrachen. Oli, die Remi hat am Samstag Geburtstag. Hast du schon einen Geschenk? Ja, habe ich. Nicht. Oli, die Anderwahrsager ja. Zeig mir meine Zukunft. Vielleicht weiss Ali noch mehr. Ali? Sali? Ali hat gesagt, dass irgendwann in der Zukunft die Welt untergehen wird. Das behauptet auf jeden Fall die Hellseher und Gurus. Und wie mache ich am Samstag eine Weltuntergangsparty? Jeder muss 5 Franken einzahlen. Wenn 40 Leute kommen, dann reicht das locker für einen super schnellen Winddrachen. Und das Beste ist, ich sage einfach meinem Papst, dass das Geburtstagsgeschenk für Trebi ist. Dann findet ihr das sicher voll easy. So, wir verteilen den überall in der Schule. Hoffentlich kommt dann auch jemand. Der Party war der Hammer. Die Juni kam auch vorbei. Mit Dave. Aber egal. Und mein Papst hat es auch noch zu easy gefunden. Ich habe nicht zwei Wochen Hausarrest bekommen. Das heisst, zwei Wochen nur Gamen. Zapp! Und das Geld für meinen super schnellen Winddrachen habe ich auch zusammen. Und für das Geschenke von der Epi langen Zaunung. Ciao, Zelle!